hallo und willkommen zu einer neuen folge der search 2 ich weiß überhaupt nicht mehr aus lang geht ich glaube hier ging es lange aber dann hört es auch schon wieder auf mein wissen oder sind wir zuletzt unten irgendwo lang gegangen ich weiß das nicht mehr ist ja auch egal irgendwo geht es lang hey bro komm mal bitte her ich weiß nicht mehr wie gespielt wird ach so genau na wat na komm Ich sag mal. Au. Au. Oh, ja. Halt da. Mistvieh. So, das lief ja gut. Du mit deinem Elementarschein, wir wissen es doch langsam. So, Bro. Es ist hier dunkel, Leute. Brüderchen, komm, tanzen mit mir. Jetzt aber nicht alle auf einmal, Nummer. Ah, Bro, Bro, Bro. Ja, lock mich mal, danke. Da, da. Das war eigentlich mal sehr einfach hier alles. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich überhaupt hin muss. Das kann ja was werden. Gab übrigens zwischenzeitlich mal einen Tag ohne Folge hier, weil ich hab vergessen hochzuladen. Ja, ich hab die Videos aufgenommen und so und dann hab ich verpeilt, dass ich das ja auch alles hochladen muss irgendwie. Ich hab doch gerade ein kurzes. Ah. Deswegen hat er gerade nicht geblockt. Ich hab die falsche Taste zum Blocken mal. Das ist schön, wenn man hier noch voll Ahnung hat. Hey, Dude. Ich bin's. Dein Föhn. Komm mal, ja, hier. Da kommst du nur, oder wat? Sag mal. Ey, der ist jetzt ein bisschen arschig geworden, oder so? Eventuell. Der kommt nicht, ne? Das hat doch immer gut geklappt hier mit denen. Was ist denn jetzt? Kommt der jetzt nur auf den Dreier, oder wat? Ich hab da doch kein Problem mit, Junge. Gibt das halt aufs Maul. Und der andere? Kommt's auch noch, oder? Habe sich das nochmal überlegt. Da war doch oben noch einer. Oder nicht? Ja, da ist er noch. Aber was ist mit dem da hinten? Will er erst noch frühstücken, oder wat? Und der kommt auch nicht mehr. Was ist denn los mit dem Spiel? Er lebt noch. Hi. Ich bin Profi. Dacht, der wär schon tot. Was ist denn dir? So. Ne? Da haben wir das. Oh, neul Schema. Hey, cool. Ja, wie nur Kopfmodul. Ähm. Hier waren wir doch mal schon durch, oder nicht? Wir waren noch schon viel weiter. Wo waren denn denn mein Blitzenmal? Wo waren denn die Blitzenmal? Triffst du mich vielleicht mal nicht, Junge? Einer auf die, den anderen. Ich werde mal ein bisschen versuchen durch die Wand. so gut tun, aber da auch nicht. Dann hauen wir halt drauf. Ist ja egal. Aber ich meine, wir waren überall schon und waren dann auch schon etwas weiter, oder? So... Wir waren hier schon, wir sind da durch. Da waren wir noch nicht. So. Da ist die Mann mit der eisernen Scheiße. Ach ja, schießen kann man ja auch noch. Oh, ohne Kopf kann man gar nichts mehr. Möchte ich mal sagen. Ja, ich will auch nicht hier, ich will auch aufheben. Da unten war ja jetzt nicht wirklich was, ne? Ne, ne. So, hier haben wir schon... Ich hab da noch Klärungsbedarf. Bild. So, ist denn wem noch schönes? Ich kann ja erst mal ausmachen, ne? Ähm... Prepare your... Pull-O-Mann. Ich geh erstmal hier rein. Draußen war dann wieder so einer. Genau, genau, genau. Wenn wir jetzt mal versuchen, vorbeizuschleichen. Die waren doch jeweils schon. Oh, ja, ja. Yo, dude. Oh, ja. Oh, ha, 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 ha. Hallo? Das sagt nochmal an, hier drück mal X. Dann drückst du X und dann geht's nicht. So. Was gab's jetzt hier? Ich sag mal ein bisschen, wo's lang geht, ne? Da wollen wir vermutlich hin. Was eigentlich mit diesem... ...Gerüst... ...Frei-Fagen... ...Penis... ...hät's doch mal auf und zu was. Ach, hör auf. Jetzt, ey, alter. Hey. Das war aber nicht so schön. Darf ich mal? So. Also hier lösen wir jetzt sicher wieder einen Alarm aus. Den wir vielleicht besser erstmal deaktivieren sollten. Aber wo? So, warte, jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Hier sagt er, geht's... Au. Ist doch mal gut. Jetzt hör auf mit deinem Geschieße. Das ist noch einer. Hey, hey. Au. Hey, hey, hey. Das muss hier irgendwo einen Fluchtpunkt geben. Beziehungsweise... ...ein Weg zum Medi-Bay. Wo ich das Ganze ein bisschen abkürzen kann. Was haben wir denn hier Schönes? Mh... Doch. Hier Ausrüstung. Äh... Starship. Starfish. Mach ich natürlich. Scan-O-Tro deaktiviert. Super. Das ist toll. Ich dachte aber eher... Ich krieg hier mal noch einen Weg. Medi-Bay. Boah, der erschreckt mich doch nicht. Was ist mit dir? Okay. Wo bin ich hier gelandet? Ach, cool. Ein Medikament. Wo bin ich hier gelandet? Äh. Ui. Obwohl ich beschossen werde. Das finde ich so schön. Leistet keinen Widerstand. Mach genau auf. Was haben wir hier Schönes? Hm. Toll. Ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Bürger, disziplinieren. Vielleicht zwei? Hier. Aber das ist ja der Scanner-Tor. Oder was? Okay. Das ist ja der Scanner-Tor. Aber wieder weiterkommen. Sie haben in der nächsten Folge von Search 2. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Sag jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Baba.